Hartz-C International präsentiert Ihnen den Infiniti Q50 2,2 Diesel in der Ausstattungsvariante Premium. Die Limousine mit dem 7-Gang-Automatikgetriebe ist erstmalig zugelassen im Mai 2015 und hat eine Laufleistung von 79.000 km. Die Lackierung in Chestnut Bronze, das Doppelendrohr mit Chrom-Veredelung und die 19 Zoll Leichtmetallräder verleimen den Infiniti ein elegantes Erscheinungsbild. Die Ausstattungsvariante Premium stattet die Luxuslimousine mit zahlreichen Highlights aus, wie dem Start-Stop-System, einer Alarmanlage, dem Navigationssystem, einer Rückfahrkamera sowie zwei Touchscreen-LCD-Bildschirme in 8 und 7 Zoll aus. Der markante Doppelbogengrill sowie die LED-Scheinwerfer stehen für den Infiniti Q50 und bestärken ihn in seiner unverwechselbaren Optik. Die Fahrlichteinschaltung erfolgt automatisch über den Lichtsensor. Auch verfügt der Infiniti über das schlüssellose Öffnen und Fährregeln sowie dem Start-Stop-Knopf. Von innen begrüßt uns das Fahrzeug mit hochwertigem Design in Leather-Wet und Wurzelnuss-Elementen. Die umfangreiche Komfort-Ausstattung bietet Ihnen das Bose Sound-System mit 16 Lautsprechern, vollelektrische Ledersitze inklusive Memory-Funktion für den Fahrer, die zwei Zonen-Klimaautomatik, einem Tempomat, sowie das Multifunktion-Lederlenkrad. Mit dem Infiniti Drive Mode Selector können Sie die Fahreinstellung nach Ihrem persönlichen Vorlieben und den Fahrbedingungen optimal anpassen. Zu der umfangreichen Serienausstattung des Infinities verfügt das angebotene Fahrzeug über das Comfort- und das Multimedia-Paket, welches unter anderem den digitalen Radioempfang beinhaltet. Die Rückbank ist im Verhältnis 60 zu 40 Teil- und Umklappbar. Für den Komfort sorgt auch hier eine Mittelarmlehne inklusive Cupholdern. Der Kauferraum lässt sich durch einen Knopf an der Fahrerseite betätigen. Vereinbaren Sie noch heute Ihren individuellen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Autohaus Harz C International Reaktionettung Ladies und grey Zander